Sarah Jane Wollny kennen wir vor allem aus der RTL 2 Sendung Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Dort war sie in den letzten Jahren allerdings nur noch selten zu sehen. Da ich durch die Arbeit kaum zu Hause bin und Schichtarbeit habe, erklärte die gelernte Altenpflegerin Kürzl. Doch jetzt soll sich Sarah Jane voll und ganz auf ihre TV-Karriere konzentrieren, ohne Mama, Sylvia und ihre Geschwister. Auf Instagram machen Gerüchte die Runde, dass Sarah Jane und ihr Freund Tino Sch den Treue-Test bei Temptation Island VIP wagen. Das berichtet jetzt die Gossip-Seite Reality Shows. Demnach soll auch die Bachelor-in-Paradise-Stars Rebecca Ries und Adrian Ali, Ex-on-the-Beach-Couple Jessica Nattig und Germain Wolf, sowie Hummels Ex-Lisa-Marie Straube und ihr Freund Furkan Akaya dabei sein. Der Dreh ist angeblich in den letzten Zügen. Wer wird die Insel der? Sarah Jane und Tino Sch sind jedenfalls ein eingespieltes Team. Im Juli 2020 wurden die beiden ein Paar, nachdem es auf Instagram gefunkt hat. Es ist mega schön. Wir genießen jede Minute zusammen, schwärmte sie noch vor dem angeblichen Tempation Island. Sogar das Thema Familie stand schon im Raum. Wir wollen irgendwann Kinder haben, erklärte sie. Lässt sich nur hoffen, dass ihr Liebesglück durch die Show nicht in die Brüche geht, wie schon bei anderen Paaren.